Willkommen bei Billion Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute The Decent für euch. Und nun lasst uns das Spiel starten. 1. Dezember. Okay, alles klar. Der 1. Dezember 1362. Zwei Wochen früher, the town of Rugholt begann to sink beneath the waves of the North Sea. Okay, ja, die Stadt Rungholt versank im Meer. In der Nordsee, vor zwei Wochen. Ein Fluch war destoved, destoved upon the town with virtue of its people's sins. Ja, okay, also ein Fluch wurde aufgrund der Sünden der Dorfbewohner ausgesprungen. Keine Ahnung. Schreie und Gesänge waren zu hören aus der Stadt. Forgone Catacombs, where the town's priest was last seen. Okay, und irgendwo, und da kommt ein Stadtpriester. Egal! Viele glauben, dass die Opfer selbst für den Fluch der Stadt verantwortlich waren. Lord Marcellus commanded the towns... ...Clercy to go... ...lässt sich auch echt scheiße lesen in dieser Form irgendwie. ...to go down and rid them of the evil. Okay, also Lord Marcellus befahl irgendwie den Stadtkleriker vielleicht... ...I don't know... ...runter zu gehen und ja, einfach... ...de Böse zu vertreiben. ...one by one... ...they entered the deep and darkness. Ja, alles klar. Mann für Mann liegen runter und ja... ...in die Dunkelheit und keiner kann zurück. Und nun... ...zu Befehl... ...it's your turn to venture it down. Und jetzt bist du am Marsch. Jetzt bist du der Penner, der da runter muss. Alles klar. Also wie wir grad schon bei The Forest hatten. Hey, hey! Na? What do I have closer look? Ja, gerne. Wie denn? F? F for zoom. Klar, zoom. Schön. Ja, betet mich an. Und hier, was stehen wir hier? May you rid us of this evil. Ja, it's... ...it's going down. Tschüss! Funke is it. Can see? Ja, nee, kann nicht sehen. E. Was sind das bitte Leute, Alter? Für Befehlseingaben hier. E für Laterne. Ah, schön. Aber ich fällt mir schon mal. Sind wir ein Ritter? Was sind wir Klärer? Sind wir einfach nur ein Bauernlümmel? Tja. Hier ist die Luft besser. Gehen wir mal hier lang. Ist wie Doom 1. Ja. Nur ohne die Waffen. Aber mit den gleichen Monstern wahrscheinlich. Okay, hier ging's nicht lang. Nehmen wir hier lang. Ich weiß jetzt auch nicht, welches Böse uns hier unten erwartet tatsächlich. Oh, ein Sarg. Hm. If you see this hand. Okay. Left mouse interact. Okay. Ah, in der Tür. Und? It's locked. Ist ja klar. Schön. Also wir müssen erstmal Schlüsse finden. Nein. Nein. Ah, soll ich euch mal schönes erzählen? Ich sehe gerade, dass ich verhessen habe über OBS aufzunehmen. Yay. Yay. Tja, da wird wohl das... Oh, der Sack ist offen. Da wird wohl das VOD dran kommen müssen. Nein. Nicht. Mach nicht zu. Erwischt. Hahaha. So. Nehmt doch auf. Pick up. Punkt. Punkt. Okay. Also kann auch sein, dass er... Ne. Verdammte Axt. Na, jetzt ist es mir auch mal passiert. Naja. Ich bin ja erst zweieinhalb Stunden. Egal. So. Weiter geht's. Hallo. Oh. Damit dreh ich mich hier im Kreis. Oder was? Dann wird viel Quatsch. Okay. Jetzt ist es wieder nach da. Also die Stimmung ist schon geil. Das ist halt so... Könnte halt so ein schönes... Playstation 1 Spiel sein. Irgendwie. Mupp. Ich liebe diese PS1 Spiele. Ja, absolut. Infinity Steel ist irgendwie perfekt für Horror. Woll! Okay. Okay. Ich glaube wir haben schon... Wir haben welche von... Hat das vielleicht ein bisschen... Ne. Kann ja eigentlich nicht. Irgendwie mit dem Film The Descent zu tun. Weil die... Hat mich gerade daran erinnert. An die Viecher. So. Gott sei Dank haben wir eine Laterne. Noch. Er weiß. Okay. Ähm. Gehen wir uns hier nochmal lang? Gehen wir mal da lang. Ist auch so gemächtig, dass er hinschreiten. Rennen kann er auch nicht. Es sei denn, ich müsste J drücken oder L. Wer weiß. Okay. Was? Was? Wie? Hallo? Oh. Oh shit. Kumpel. Alles gut. Nein Mann, Alter. Du drückst immer E zum Bestätigen. Das ist doch scheiße. Pack dir die Lampe weg. Oh. Hilfe. Was ist hier? Alles gut? Aber ist das aufpassen? Ah, okay. Deviationszauber. Schön. Ach schön. Nee, ist schön. Okay. Wenn man sich überlegt, früher sind die bei so was ausgerastet. Da wurde das Spiel zensiert. Oh, rote Blut. Kann ja nicht. Muss grün sein. Oder am besten gleich auf den Index. Ah, okay. Tür ist weg. Krass. Too high. Control. Alles klar. Wundervollen guten Abend zusammen. Hey Mutti, grüß dich. Du hast Benni gerade verpasst. Bin jetzt gerade leider raus. Aber schön, dass du da bist Mutti. So. Okay, es geht immer wieder nach unten. Ich habe gerade einen Schmanzen gehört. Oh Gott. Schön. Viel Spaß für alle Klaustrophobiker unter uns hier. Okay, okay. Okay, cool, cool. Haben wir denn eigentlich, wegen was soll ich denn, wurde denn geklärt, wie ich das Böse vernichten soll? Mit einer scheiß Laterne oder was? Kann ich zaubern? Habe ich eine Waffe? Habe ich irgendwas? Den Kopf will immer keiner essen. Das ist doch das Beste da dran. Kann man schön knabbern. Obwohl es wirklich, die Grafik ist wirklich charmant. Das ist, ich finde es auch wirklich cool. Ja, wie du schon sagst, Dave, oha. Weiß ich nicht. Daher im Körper ist die Waffe. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich so dick und soll mir einfach ruflegen. So, na dann. Arschbombe. Ja. I don't have much time until the latern stops working after this fall. Schön. Okay. I need to find the way out. Das ist ja erstaunlich, dass er überhaupt alle überlebt hat. Okay. Hmm. Ne. Macht wieder an. Ach, nee, Alter. Ach, shit. Irgendwer armer Held hängt da. Oh, was ist mit euch? Oh, nein. Echt in der Wand. Oh, Gott. Die Armschweine. It's locked. Ich höre Dinge. Okay, und ihr haltet die Tür? Falsche Seite. Äh, Blut. Nicht gut. Aber auch grundsätzlich halt Leute, die halt an der Wand festkleben sind. nicht gut. Was macht mit für'n Sinn, die Tür so zu halten, wenn sie zur anderen Seite auf geht. Geh mal einfach weg. Gott. Nein, Mann. Nicht E drücken, Steven. Nicht E drücken. Ah. Ah. Nicht. Ja, gemächlich schreite ich da hin. Entschuldigung. Müscht die weg. So. Weiter geht's. Nein. Oh nein. Wird das jetzt hier so PT-mäßig? Oh nein. Oh nein. Kumpel, komm, los. Oh nein. Das hat ihn erwischt. Ich konnte ja so nicht machen. Das ist tatsächlich gerade gescriptete Szene gewesen. So, komm ich jetzt raus? Ich raus. So, ich gebe immer noch zu bedenken, ich habe eine Laterne, ich habe keine Waffe. Ich habe nichts. Nichts. Was hat sich denn der Klerus gedacht, als ich hier runtergeschickt wurde? Ja, mach mal, reg mal Jut zu. Vielleicht kannst du das ausdiskutieren. Gut, super. Ja, und es ist, es wird jetzt PTS-esk. Okay. Oh, oh, krass. Oh. Ich habe jetzt tatsächlich nichts gedrückt. Und die Lampe geht nicht mehr an. Warte mal, ich mache die Lampe aus, ich habe jetzt einen Laufel. Ja. Weiter laufen. Ah, das ist ja mies, Alter. Das ist ja mies. Was ist das von Klerus beauftragt? Nee, von Lord Voldemort oder irgendwie dem Ansässchen Adelsheim irgendwie und irgendwelchen Kultchen Klerus, die zur Zeit dafür gebetet haben irgendwie oder davor gebetet haben. Aber ich bin auch schon der 506, der hier runter geht. Also das ist, ich bin jetzt hier nicht der Ausarbeit. Oh, krass. So, Miki, greif den Schlüssel, greif den Schlüssel. Ihr hört es, ne? Er will nicht jetzt hat er an. E. E. Okay. Jetzt lockt. Wie? Man kann es ja auch machen. Kann ich die Unke machen. Soll ich die Lampe wieder ausmachen? Oh, schön. Leiche ist weg. Wunderbar. Und nun? Was ist? Was? Leute. Nicht doch. E drücken. An- und ausmachen. Schön. Soll ich jetzt hier was aktivieren? Find ich hier noch irgendwas? Wo ist denn die Leiche hin? Die Lampe ist jetzt so alleine aus. Ich habe jetzt nicht E gedrückt, aber schön. Schön, schön, schön. Und man hat tatsächlich ein sehr, sehr unwohlet Gefühl, muss ich sagen. Und jetzt ist es halt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie selbst solche Grafik es schafft. Wahrscheinlich, weil man wieder zwölf ist und vor der PlayStation 1 sitzt. So. Okay. Lockt das verwundert nicht. Fährschluss hin. Aha. Okay. Sollen wir jetzt ins Licht laufen? Welchen Ladebalken? Welchen Ladebalken? Ah, hier ist aber Chaos-TV. Hier ist Chaos-Übertragung. Ist wie so ein Piratensender hier bei mir. Bei Benignis hat alle bei Benignis Pro 7 und hier ist Kanal TV. TV Berlin bei mir hier. So komme ich hier auch näher. Die Lampe ausmachen? kann ich überhaupt nicht, dass es ja doch, er läuft. Ja, wir kommen nicht wirklich näher, oder? Kann das sein? Nee. What should we do? Darf ich nicht hinkucken? Muss ich mal anders hinschauen? Komm ich näher? Nee. Hans gucke in die Luft. Auch nicht. Oh, okay. Okay. Ja, das war The Descent und wir sind Opfer 826. Naja, egal. Okay. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und mich würde es sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und vielleicht wir uns beim nächsten Projekt wiedersehen. Bis dahin. Bye. Amen.